So, eine Übung von der Normalpunktsform zur Scheitelform. Hier habe ich eine Parabel, die ist übrigens nach oben geöffnet und eine breite Parabel. Wie komme ich von der zur Scheitelpunktsform? Ich muss zuerst 1 halb ausklammern, 1 halb mal irgendwas gibt x², ja klar x². 1 halb mal was gibt 6x, nämlich 12x zur Kontrolle, plus 12x mal 1 halb gibt 6x. Und dann noch plus 36, richtig ausgeklammert, nochmal kontrolliert, 1 halb mal 36 gibt 18, 1 halb mal plus 12x gibt 6. Jetzt kommt die quadratische Ergänzung, x², wir ergänzen quadratisch mit der Hälfte von 12, also plus 6², minus 6² und noch die plus 36. Hier innen drinnen gibt dann eine binomische Formel, nämlich bis hierher, es ist die erste binomische Formel, x plus 6 ins Quadrat. Dann haben wir hier minus 6 hoch 2, minus 36 plus 36 gibt 0, 0 mal 1 halb gibt 0. Also plus 0, wir kriegen den Scheitel, minus 6, 0, minus 6, wann wird die Klammer zur 0 und die 0 hier hinten. Diese Parabel schaut jetzt so aus, flach nach oben geöffnet und der Punkt ist dieser Scheitel. Das war's. Genau. Das war's. Ja. Das war's. Was bin ich gut? Ja. Pas war's. Das war's. Was bin ich. Posita Ann wird die Klammer pase ab. Vielen Dank.